Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahre nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Order 1886. Ja, wir sind jetzt auf dem Luftschiff und sollen ja da das wohl erobern oder... Foto? Ich weiß es nicht. Ich mach erst mal ein Foto, weil ich hab noch gut kein Titel. So, wir gehen mal hin und gucken mal, was wir machen sollen. Hm. Hä? Wo geht'n denn die? Hä? Wo steh' ich jetzt nie ganz? Kann man die machen? Kann die gehen nochmal? Achso, lass' ich mal hin. Oh, Trökel. Gut. Unser Eindring wurde nicht bemerkt. Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das nennt man Fortschritt. Unterbricht die Stromzufuhr für das magnetische Schloss. Oh, wo sollen wir die noch finden? Ne, wo geht denn der nicht? Und läuft nochmal? Hä? Was? Ja, wo ist die? Hm. Na ja, komm mal an der Außenwolle. Wo soll ich denn die Strom? Da kommt sofort drin. Ach hier, wir sind am Kasten vorbei gestiegen. Der einzige Weg ins Cockpit. Der einzige Weg ins Cockpit. Am Kasten vorbei geschlichen, alter. Oh Gott, jetzt geht er das wieder, das L3. Äh. Haben wir geübt, du. Das ging ja doch mal, Geller. Äh. Da war's bürrli dunkel, du. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Geller hat, Lafayette. Die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Scheiße, was ist mit dem Ding? Hm. Schalte die Wache unentdeckt aus. Nähere dich. Nähere dich. Zielen von hinten, wenn du getrompt bist. Drücke rechtzeitig x für ein Sau. Wie soll ich mich tun? Die Unterbrecher aus. Nein. Nein. Es wird nicht gehen. Hä? Wie soll ich mich tun? Warum geh denn denn? Scheiße, was ist mit dem Ding? Aha. Hä? Du hast die, was ist mit dem Ding. Das ist mit dem Ding. Sieht dort aus. Meine Damen und Herren, im Namen der Verein des Indien-Kompagni und ihrer Leitung, möchte ich Sie an Bord der Agamemnon willkommen erlisten. Wir verlassen gerade London und an dieser Heim zu Portsmouth, wo wir ein Zwischen und Wachstum machen. Dann setzen wir unsere Reise über den Atlantik bis zu unserem Bestimmungsort Lakehurst, New Jersey fort. Unsere Voraussichtlichkeit ist direkt circa drei Tage um sechs Stunden. Herr Nagar, in der Distro-Kost sind ihr gewesen. Deine Hand. Möchte ich daran erinnern, dass unser Besatz nicht fantastisch ist. Sicherheitsabteilung, bitte melden. Schicken Sie jemanden, der bestätigt, dass die Fahrt gesichert ist. Ich bin nicht der Innen, Monsieur. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Ja, was improvisieren wir? Wie könnten wir jetzt Entdeckungen klingen? Mit X. Spielt das Spiel nicht schon so lange, die Ober? Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Aha. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Ja, sehr gut. Oh gut. Oh gut, wie wirft man die jetzt nochmal? Dreieck? Im Fraktraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier, all diese... Eins. Jetzt müssen wir wieder hier mit Knöpchen drücken. Ah, Mensch, ich bin wieder... Oh, das scheiß Knöpchen drücke immer irgendwas anders, Mensch. Oh, das ist egal. wir beschlagnahmen das schiff im namen der freiheit das cockpit ist gesichert wie ist euer status bestätigt ich melde mich sobald ich mich umgesehen begib dich unentdeckt zum ballsaal ach die meinige da muss ja auch immer sein soll der ballsaal an dem luftschiff ist ein ballsaal verdammt vergesst immer die tür zum funkraum abzuschließen und und Cockpit, hier Sicherheitsabteilung. A4 ist nicht zum Schichtwechsel erschienen. Ist Bailey noch oben bei euch? Hey! Hey! Ach, hä? Hätte man den erledigen müssen? Ich habe keine Ahnung. Keen Plan, Alter. Oh, jetzt sind wir doch schön wieder hier. Boah! Verdammt, Bailey! Vergiss immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Ach, kam da auch ein Koppel vor. Jetzt möchte ich das wieder machen. Ach, wir müssen den erledigen, das hilft alles nicht. Oh, begib dich zum Ball, Saul. Oh, gehen wir nicht auf den Sack mit dem Lahnkoppel, das ist jedes Mal im Video. Menschenskinder, das interessiert doch keinen Menschen. Wenn man die so kack ist. Vergiss immer die Tür zum Funkraum abzuschließen. So, hätte man glaube ich Schleim machen sollen. Hm, clever, hätte man gleich machen sollen. Okay. Ah, machen wir jetzt mit denen zwei Quatsch, Kim? Die hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halt dich am besten von den Docks, wenn nur ein Fünkchen Waren dran ist. Sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt wohl. Ich will kein Ärger kriegen. Gehen wir hier lang? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, scheiße. Ich dachte, man kann den nur... Ich sag jetzt nicht, dass wir wieder von ganz da vorne laufen müssen. Hast du... Gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halt dich am besten von den Docks, Werden. Äh, Alter. Gehen wir hier lang, mal gucken, woher das Leihörsche... Ach, hier können wir noch nicht lang gehen. Was haben wir denn hier wieder? Gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Ein Gerücht. Aber halt dich am besten von den Docks fern. Und wenn nur ein Fünkchen Waren dran ist, sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt wohl. Ich will kein Ärger kriegen. Wie hat der uns jetzt wieder? Oh, das gibt's doch nicht, Leute. So ein Schmorm, Menschenskinder. Mensch, warum haben wir noch keine Waffe? So ein Quatsch hier wieder. Ehrlich? Alter, das geht mir schon wieder auf die Nüsse. Wo warten wir, bis der wieder zurückgeht? Ich hab keine Ahnung, wie man das machen soll hier. Das nervt mich schon wieder gewaltig. Können wir den nicht angreifen jetzt? Nee. Jetzt doch mal. Ah, jetzt doch... Oh, ey, das ist doch nie möglich, Mensch. Mann, der nervt mich. Ich will nicht die Docks. Das interessiert da. Kein Vogel interessiert das. Hä? Hä? Mensch, also sag dir mal, was ist denn das für ein Schwachsinn hier wieder? Meine Güte, da ist er nicht zu fassen. Also glaubst du, da drückst du die scheiß Dreiecktaste und dann rennt er dran vorbei? Meine Güte, ist das nervtötend wieder. Hey, eindringlich! Na, was macht denn die Eindrück diese scheiß verfickte Drecksdaste und das geht mir, Menschenskinder? Mensch, das geht mir auf die Nüsse langsam hier. So ein Käse, da brauchst du Jahre für diesen Mist. Oh. Oh. Also, das lebst du nie. Oh. 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 Das ist doch nicht zu fassen. Letzter Versuch jetzt her, dann ist Schluss. Dann geht man schön wieder auf die Nüsse. Gehört! Entschuldigung. Aus, 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 Schluss, aus die Folge, das ist so nicht zu fassen, ist das doch nicht, Menschenskinder, da drückst du diesen verpfickten Knopf und dann läuft der weiter, oh, alter, das nervt schon wieder, ich hab die Schnauze voll von dem Spiel, echt. Schluss, wir machen die Folge zu Ende, aus, also das gibt's ja gar nicht, diesen Quatsch, diesen Schwachsinn, aus, fort, am Pulps lecken hier, das gibt's doch gar nicht, ja, meine Lieben, nee, Schluss, das regt mich schon wieder mauslos auf, also das ist ja nicht zu fassen, ist das ja nicht, naja, aber trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, freu mich wie immer, konstruktive Kommentare, was weiß ich, bis später, tschüss.